Wir sind eine klassische Seniorenanrichtung und haben verschiedene Dinge ausprobiert hinsichtlich der Informationen, die nötig sind für unsere Bewohner als erstes, für unsere Angehörigen, aber auch für unsere Mitarbeiter. Wir stellen fest, dass es unglaublich viel Arbeit ist, alle Kanäle zu bespielen. Und dann kam uns die Lösung, die wir durch Pixelkraft präsentiert bekamen, gerade recht. Das System Comolino ist einfach wunderbar für uns. Und wir sind völlig begeistert davon, dass wir jetzt mit einem System alles gleichzeitig steuern können und die Informationen transportieren können, sodass wir mit einer Sache sowohl die Website steuern und aktualisieren können, wie auch die Informationsbildschirme oder eben Nachrichten nur internerweise an unsere Mitarbeiter schicken können, aber gleichzeitig auch definieren können, dass damit die Angehörigen erreicht werden oder die Bewohner im Haus. Und das ist wirklich eine tolle Arbeitserleichterung für uns, gerade für die Mitarbeiter, die nicht so technikaffin sind. Und das reduziert die Zeit. Die Komplexität wird kleiner, obwohl das Ergebnis wesentlich größer und umfangreicher und besser ist. Also wir sind völlig begeistert davon und möchten sagen, herzlichen Dank an die Entwickler, an die Idee von Comolino. Das hilft uns wirklich weiter.